So, ich starte jetzt. Ach so, choose one that I own. Ganz, ganz. Ganz, ganz, schnell raus, raus aus der Nummer. Ich bin Dodo, jetzt, komm, die erste Runde Dodo mach ich erstmal an, der fertig, pass mal auf. Jetzt zeig ich euch mal, wie mein Dodo richtig spielt, jetzt pass mal auf. Ich darf hier erstmal nicht killen lassen. Ach du Schande, ey. Oh mein Gott, die ist ganz verrückt, die Welt hier. Ja, ich bin warm, heiliger, bin warm. Hallo? Ich mach erstmal, Ameisen tot. Küchi, Küchi, Küchi. Ja, was denn, was denn? Ich muss hier einfach Blumen gießen, mit so'n Schwäding. Ich hab Ameisen kaputt geklatscht. Also, vorhin war der Mädchenanteil relativ groß, aber jetzt draufklatschen, mit der Feder musst du draufhauen. Jetzt pass mal auf, jetzt, hör ich mal, ich muss jetzt gucken. Ich will mal die Zuzu anschuldigen, mal gucken. Das ist natürlich dann ganz gemein. Das ist ja wie Among Us hier. Ach ne, jetzt muss ich die Radiosender einstellen, oder was? Ja, okay, okay. Pass mal auf, jetzt war ich mein Move, jetzt pass mal auf. Wo ist denn die Glocke? Wo ist die Glocke? Die Brücke, ist die Brücke das, oder ist die Brücke das, wo die Glocke ist? Was ist denn das jetzt? Wo macht man denn das jetzt? Oh! Wie das so klar war! Das... Ah! Das kratzt mich an! Ich wollte die Zuzu beschuldigen und es war mir so klar, ich suche die dämliche Glocke, um ein Meeting einzubrufen. Und da steht der... Bombenerbeerung. Hallo? Hä? Hast du gerade Kontakt zu den Toten aufgenommen? Was war das? Die Leiche liegt bock. Was war das? Der wurde mir angezeigt und Bombenerbeerung... Kommunikation mit Zuzu, mit Tepta... Hä? Ich war da auch. Taffy ist böser Liebhaber? Ich auch. Ich möchte noch was ergänzen. Warte mal, wo ist denn das? Wer ist denn hier noch Liebhaber? Seh ich das nicht? Ich möchte noch was ergänzen. Hallo? Rage? Bumpt LP ist gerade auch gestorgen. Ich hab ihn noch gewarnt. Es soll vom Transporter weggehen. Nein, er wurde überfahren. Vom Transporter überfahren? Das war das gesagt. Ich will ja überlegen, war nicht welcher als letztes für uns gestoßen oder gut aus? Genau. Man kann überfahren werden? Ja. Als Killer kannst du auch den Teleporter sabotieren, dann schimpfst du auch. Ja. Also meine Frau ist ein großer Liebhaber und Rage ist gut. Das finde ich interessant. Mein Sohn ist Spion, aber umgebracht hat mich doch der Bomben. Der ist Wächter. Kann man denn so los sein? Wächter ist ein guter. Was war das mit dem Funk? Das ist Intercom. Ähm, weiß ich nicht. Also ich war in Sicherheit. Ähm, meint dieser Profil der Ente, das ist ja prominenter. War das Brilli? Nein, nein, nein. Freizeitkoppel, Intercom. Nein, nein, nein. Intercom, mein. Brilli ist prominenter. Freizeitkoppel, Intercom. Stimmt, irgendwer hat mich ja gerade angefunkt. Was war denn das? Okay, das ist eine Aufgabe. Das ist eine Aufgabe gewesen. Äh, nein, ist keine Aufgabe. Die ist einfach aufgeräuscht. Bomb-Map. Hast du als Wächter mich umgebracht? Ja. Hatte das einen Grund? Äh, ja, mehr oder weniger. Wie? Naja. Boah. Ich hab das jetzt gar nicht verstanden. Ja, wir sind hier, wir sind hier. Ich hab das echt nicht verstanden. Die Kommunikation hier. Ich könnte auf einmal mit allen reden. Ja, mit mir auch. Jemand hat mich angefunkt. Das stimmt. Aber was war das? Frozen, möchtest du uns was sagen? Äh, hab den falschen Knopf gedrückt. Sorry, äh. In der Abflucht. Du bist so weißen. Habe ich immer einen Punkt. Warte mal ehrlich. Ich hab den falschen Knopf gedrückt und dann ist es jemand gestorben. Ne, in der Abflucht. Tief. Susu ist pink. Ich hab Susu... Nehmen wir mal Susu. Ich hab ja jetzt gesagt mit Frozen. Der hat doch mein, dass er jetzt gerade den falschen Knopf gedrückt hat. Zum Reden mit dem falschen Knopf gedrückt. Ähm. Immer noch im Labor in den Kammer. Kann mir jemand mal sagen. War ein Wasserfass. Du musst sie einmal anmachen. Danach kannst du davon weggehen. Dann wartest du bis Zeit ab ist. Dann gehst du wieder an den Wasserhahn an den Ding fertig. Also hat ein Timer, der da unten zählt. Ich hab den Timer gesehen. Dann hab ich gefragt. Dauert das so lange? Was hast du beim Inkubieren? Was hast du hier beim Eiern genauso? Also Eiermaschinen. Gibt's auch eine, die so lange dauert. Okay, also ich bin ja gespannt, wie meine Frau und mein Sohn, wie sie das hier hinkriegen. Hier sterben natürlich wenige Leute. Das geht nicht so schnell. Und solange die nichts sagen müssen. Guck mal, die halten sich komplett raus. Die halten einfach den Mund. Also, so, jetzt nochmal Kriti. Hallo, Kriti? Ja, ja, ja. Wie, ich konnte, ich konnte auch mit euch, also ihr habt mich gehört. Ja, du hast, also du hast, da war ich ja gerade erst gestorben. Und da kam hier rechts an meinem Fenster, da kam auf einmal so ein Bild von der schwarzen Ente, glaube ich. Ah, von der schwarzen Ente? Ah, okay. Also es wird dann nicht gezeigt, wer das ist. Das ist halt das, was ich nicht genau weiß. Aber auf jeden Fall kam da ein Bild von der Ente. Oder von der Gans. Okay. Kann sein, das ist ja, ich kann sein, dass ich mir dadurch war, weil ich ja aus weniger aus war. Ah, ah, okay. Ja, ja, ich bin ja halt so alter. Das ist, das ist schon. Okay. Warte mal, wenn sie ein bisschen wieder ernst haben, dann ist das rund. Ah, sollt ihr live vielleicht lag unter dem Kyro, oder unter dem Kyrolabor? Unter dem Kyrolabor? Ich bin immer schon wieder so müde. Ich bin immer schon wieder so müde. Ich bin immer schon wieder so müde. Wunderschöne Tasse. Man muss erst mal den Hebel ziehen und anknopfen. Ah, die Suche, oder? Die Suche, oder? Man muss auf den Knopf drauf bleiben. Ich hab's glaubt, ja. Wir waren recht auf der Stattelseite. Okay. Also was? Ich war gar nicht drüben. Aber nach unten gehen, finden die gut. Das gefällt mir. Schön lang. Oh, meine Frau, die rechts ist ein. Und wie kommt ihr dabei? Mit dem Schatten. 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 Warte. Ich darf mit der Teleport. Ach, man muss auf die andere mal drüber teleportieren. War mir gar nicht bewusst. Geht doch nur von rechts nach links, oder? Ja, ich kenn die Karte noch gar nicht. Okay, dann ist es neu. Ich bin nur Grund, dass ihr von rechts links geht. Maki, wollen wir morgen Mittag in Kodia zu Ende spielen? Ich hab heute, ich hab heute eh nix fertig gemacht. Hab auch sogar nach der Credit Szene noch mit allen die Tasks zu machen. Ich hab auch noch fertig gemacht. Wo ich die Hauptmissionen zu Ende bringe. Ah ja. Und ich hab natürlich einiges schon ein bisschen erwartet, war es am Ende so so. Also hab einiges schon so erwartet, wie es am Ende auch wirklich rausgekommen ist. Muss ich dazu sagen. Aber trotzdem war es echt, echt cool. Also ich muss sagen, manche Tasks sind dir echt, echt langsam. Ja, du musst ja, also die, wo du so paar Sekunden hast, da kannst du ja auch weggehen von der Tasks. Kannst du dafür andere machen. Ja, also ich würde einfach, ein Kodia würde ich einfach deshalb zu Ende machen, weil das doch so, das habe ich heute mal nach geguckt. Das habe ich im Februar letztes Jahr, habe ich das quasi pausiert. Das ist eigentlich so ein niedliches Spiel. Was macht man jetzt hier? Ah, ah. So ein bisschen Planeten zusammengepackt. Keine Aufgaben mehr als. Ich habe noch zwei. Als Zauber. Als Zauber habe ich ja meine Aufgaben. Äh, hier. Feuer X. Aber Lava und Killer ist halt schon echt böse. Was ist das denn? Mein Bildschub ist einfach mal ausgegangen. Wo ist der Schatz sogar? Kreis X. Äh, unten bei. Feuer. Rad. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Kreis. Okay. Oh, ist das. Irgendwie ist mein Fernseher gerade ausgegangen. Einfach ausgegangen. Was ist da passiert? Okay. Müll rauswerfen. Ja, wie? So. Müll abgeholt. So. Auf der linken Seite. Alter, hast es noch. Ich habe noch eine. Da nimmt wieder jemand zu uns Kontakt auf. Der blaue war es. Als Geist raus noch auf. Wie funktioniert das mit Müll? Äh. Hallo. 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 Hinterkomm. Aber muss ich dann, um mit denen zu reden, auch da randrücken? Ja, du musst mein Ding auch am Leben sein. Ach so. Das heißt, der redet nur mit anderen am Leben denn? Ich dachte, er kann Kontakt zu den Geistern aufnehmen. Nein. Ach, tja, das auch. Also haben wir so eine Achtung, Achtung, die Durchsage. Ah. So. Tasks fehlen noch ein paar. Und das ist der Shuttle hier. Ja, hallo. Ich habe so ein Geister. Das geht jetzt nicht mit dem Muster, weil du Geister bist. Ah. Wie weit das geht? Okay. Der Weg ist ja auch weiter. Huiuiui. Ich bin jetzt im Schrafen. Also wenn da einer dann ein Ding führt, der töte das schon. Also wenn jetzt z.B. Rage da oben aufstehen würde und das statt Gamercard, dann wäre er auch. Okay. So, wo sind die denn jetzt? Was machen denn die jetzt noch? Ich schau mal auf die R-Taste. Ich geh mal rein ins Geschehen. SnapTix und ZuZul sind als Team unterwegs. Das ist natürlich blöd, ne? Weil, da kommt man jetzt nicht ran. Pretty ist prominent. Den müssten sie mal weg machen. Darfuh ist imitatierende Gans. Der wird also als Imposter angezeigt. Was machen wir hier? Hallo. Ich muss da warten, dass hier der Ding da, werde ich der DNA testen nach 5 Sekunden. Und er machen weg? Ah. Ja, wegen der Kamera. Nein, äh. Die sind zu zweit unterwegs. Das ist... Wer hat's nicht gesehen? Wieso rockelt denn das eigentlich so krass? Step-bel-Lech, 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 Step-bel-Lech. In den Kameras hab ich nichts gesehen. Warum machst du das, Nebi? Was? In den Kameras hab ich nichts gesehen. Spion. Das Geld, die im Teleporter reinkam, hab ich das richtig gesehen. Oh, Shuttle. Alarm. Shuttle reparieren. Shuttle ist kaputt, okay. Jetzt ist der schon eine Weile tot. Das kriegen die jetzt nicht mit. Darfuh als Imitator läuft hier lang. Der ist... Der hat sonst nichts zu tun. Okay. Aber die haben gewonnen, die Tasts. Oh, fuck. Warum hast du das nicht gesehen, Ray? Ich bin... Ich bin... Ich bin ein Liebhaber gewesen. Die haben beide nicht. Das stimmt. Der würde mich da nicht verpfeifen, Mensch. Cool. Das haben wir gleich, dass ich die Sturmbau gesehen hab. Lapper. Lapper in Rot. Darf ich mir so rausgehen. Das ist eine Kerze. Das stimmt. Interessant. Oh, 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 oh. Ich werd's doch nicht verpfeifen, wenn ich ans Leben stirbe. Ne, das macht man nicht. Das macht man nicht. Ich würde meine Frau auch nie verpfeifen. Egal, was sie macht. Ja, ja, ja. Mach das mal nicht. Ne, wirklich. Genau, kurz lieber hier rum ne Runde. Das geht besser. Das geht besser.